Der gebürtige Berliner trainierte die vergangenen Wochen und Monate sehr hart für den Fight, verzichtete unter anderem auf Alkohol und Partys. Beim Fame-Fighting in Bonn konnte man eindrucksvoll erkennen, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat. Wenige Sekunden waren erst vergangen. Da war der Fight zwischen dem 35-Jährigen und Mike Heiter schon wieder beendet. Mit einer krachenden Rechten schickte Sindermann seinen Widersacher auf die Bretter. Nur wenige Sekunden später brach der Ringrichter den Fight ab. Der 35-Jährige, immer noch voller Adrenalin, sprang durch den Ring und brüllte durch das Maritim Hotel in Bonn. Ich bin der Beste. Ich bin der wahre. Nach dem Fight erklärte der Reality-Star zudem noch, dass er sich wünschen würde, wenn die Fans seines Gegners jetzt auf die Seite von ihm überlaufen würden. Ohne jede Frage, durch den Blitz-Co hat sich Erik Sindermann noch mehr ins Rampenlicht geboxt. Nach dem Fight wirkte er immer noch sehr aufgedreht und vielleicht auch ein wenig abgedreht. So sagte er in einer seiner Instagram-Stories. Leute, ich bin das Größte, das Beste. Ich bin die Nummer 1 im Reality-TV, im Boxen. Ich habe einen Rekord gebrochen. Jeder, egal YouTuber, TikToker, muss an mir vorbei. Ich bin das Beste. Was? Zugegeben, vor dem Fight haben viele Experten und andere Influencer über Erik Sindermann gelächelt. Viele sahen den gebürtigen Berliner klar im Nachteil. Umso erleichterter war der 35-Jährige, als er den Kampf am Ende tatsächlich für sich entscheiden konnte. Ich bin das Größte. Meine Boxkarriere hat jetzt erst angefangen. Ich kann noch viele Schläge auf meinen Kopf kassieren. No Problem. Ich bin der Größte, mit diesem Spruch beendete Erik Sindermann seine große Boxshow.